So, da sind wir auch schon zu einer weiteren Folge von... Revealed to small location... Non-staff's energy would be visible. Uh, super. Ich nehme aber ein Wort. So, hopp. We should pressure just a bit. What? Was war denn die? Wollen wir in? Okay, direkt schon am Anfang Verwirrung. Tja. Gut. Das ist das erste Spiel, nachdem ich die Liga-Spiele abgeschlossen habe. Nämlich... Ich wurde eingestuft in... Liga Silber 1! Nachdem ich letzte Season Gold war, bin ich jetzt in... Silber 1! Silber 1! Silber 1! Silber 1! Silber 1! What the fuck? Ob hier geboardet wurde, ist die Frage. Nur lieber hier ein Wort oben hin. So, damit ich was sehe. Was macht ihr denn da? So, okay. Ja. Normalerweise würde ich den Q jetzt skillen, aber das kann ich nicht. nicht. So. Glück gehabt. So. So. Ist hier geboardet? Ah. Die hat geflasht. Okay. Nevermind. Aber gut, Flash ist raus. So. So. Okay. Also. Ganz normal. Gut. Was habe ich für Runes & Bastries? Die Standard, die man immer haben muss. Gelb und blau bleiben, wie ich gesagt habe, immer gleich. Bei mir. Macht ja auch keinen Sinn, die zu wechseln. So. So. Was noch? Äh. Pfff. Rot ist glaube ich Attack Damage und Essenzen sind auch Attack Damage. Deshalb habe ich schon so einen hohen Attack Damage Anteil hier. So. Das Besondere an dem guten alten Nocturne. Passive. Ganz klar. Dieser Rundumschlag, der ab und zu mal kommt. So. Das Besondere an diesem Rundumschlag ist, für jeden Auto geht der eine Sekunde schneller runter. Plus. Das Besondere ist, wenn man so den Rundumschlag halt macht, heilt man sich um 120, äh. Ja. Damage & Heals im Safe. Ja. Genau. Ich heile mich, wenn ich jetzt hier mache. Und je mehr ich davon treffe, desto besser, also desto mehr heile ich. So. Dann jetzt einmal den W-Spell machen. So. Was ist der W-Spell? Der W-Spell ist sozusagen ein Schild, was ich bekomme, was es mir erlaubt, einen Zauberspruch abzuwehren. Keine Summoners-Spells. Aber. Das Passive dazu ist noch, ich bekomme 20% Attack Damage, also halt gestaffelt nach oben. Was natürlich Nocturne damit halt gefährlicher macht, ne. Mit dem Superspeed und sowas alles. Aber. Das Besondere daran ist halt, wenn mich jemand versucht anzuzaubern. Keine Ahnung. Oh, cool. Guck mal, der kommt da und dann jetzt setze ich einfach mal so ganz frech. Wie heißt das nochmal? Ganz frech. Äh. Einen Stun auf ihn. Dann kann ich den damit abblocken. Oh. Hat der gewordert? Hat der das gewordert Ding? So. Damit ist hier schon mal gewordert. Ich komm nicht mehr dran. Aber ich hab mich verscheucht. Ist er hier? Nein. Okay. Nevermind. So. Ja. Das Beste ist natürlich seine Gangs ab 6. Und dann hab ich meine Ulti. So. Hop, 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 hop. So. Damit ist er schon mal geviert. Das heißt, er rennt schon mal weg. Hopp. So. Sorry. 3. Ich wusste nicht, ob du schnell genug bist. Oh. 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 Okay. Immerhin hab ich schon mal einen Kill. Das sind ja schon mal ein bisschen... Mehr HP wollte ich schon sagen. Mehr Geld. Ah. Super. Disconnect. Hurray. Ich muss so schön viel wirklich Geld bekommen. Damit ich mir eins von diesen coolen Items holen kann. Nein. Ich werde mir nicht Madrids Schnitter holen. Weil ich sehe leider keine Nötigkeit mehr. Ich hab dann lieber den Selfiel oder sowas von den anderen. Plus diesen Smite Bonus. Als dass ich mich auf irgendwas anderes spezialisiere. Also ich sehe es nicht so als Nötigkeit. Dass ich mir jetzt das Ding holen soll. Weil hier die... Schnellschuhe. Und das hier genau. So. Perfekt. Damit hab ich schon mal die schnellen Schuhe. Jetzt weiß... Jetzt weiß ich aber nicht was ich hole. Ich hab jetzt hier die... Berserker Greaves genommen. Greaves. Ja genau. Das ist einfach damit ich mehr Attack Speed bekomme vom Schlagen. Dass man natürlich mein Passiv schneller bekommen lässt. Was natürlich mit meinem W-Spell steckt. W-Spell steckt. Oh. 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 No problemo. Oh. 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 Nein. Heee. Ich war zuopedia. Naa! Verdammt! Ah! Scheiße, ey. Jetzt muss ich das wieder... Ich muss das gut machen. Ich muss jetzt so schnell wie möglich irgendwas super cooles aus dem Intern ziehen. Irgendeinen Trick. Keine Ahnung was. Irgendwas muss ich machen. Ah! Ich bin mein schlimmster Fein. Ich sag sonst überhaupt nicht zu greedy und was weiß ich nicht was. Und jetzt bin ich der erste Typ, der natürlich da rein springt, ey. Mein Gott, ey. Komm! Komm ab! So! Hat er ein Bot da hingelegt? Weiß ich nicht. Hallo! Da bin ich auch schon wieder! Oh! 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 Ah! Mist! Keine Möglichkeit. So! Heilung! So! So! Schnell den Red Buff holen! So! Deshalb spare ich mir lieber den E-Spell da. Dann haue ich lieber so ganz normal zu. Versuchen wir noch so weit wie möglich es geht zu heilen. Das Problem ist nur, die Ulti die ich habe, die Range auf erster Stufe ist, war, äh, ja. Äh? Keine Range so in die Richtung. So! Haha! Haha! So! Komm her! Ja! Jetzt warte ich einfach hier! Ja komm doch rüber! Wollte mich, willst du mich jetzt echt verarschen, Penner, ey! Äh! Äh! Dammit! Komm her! Haha! Ich glaube ich kriege ab und zu das Kotzen, ey! Ja, ja! Ja, und jetzt? Ah! Hilfe! Äh! Äh! Ja, jetzt hast du keine Ulti mehr, ne? Gut, dass ich meinen He-Pod hatte. Gut, dass ich den hatte. Shit! Ja! 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 Gott! Nein! Ah! Ey! Ah! Mir fehlt jetzt nur noch so wenig! No! Jetzt warte ich aber, bis ich das habe! Äh! Okay! Komm! Noch 10! 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 4! 3! 2! 1! Gut! So! Jetzt habe ich immerhin das hier schon mal. Das heißt, ich habe jetzt schon mal den Red Buff und das würde ich das hier zusammen haben. Ja, das blöde ist, hier ist noch dieser kleine Pimpfel noch, ne? Den müssen wir killen, sonst bekommen wir das nicht wieder. Ah! Mein Gott, ey! Wenn ich jetzt hier so aufrege, aber wir wüssten ja das schon carryen, weil jemand disconnected ist. Ich hoffe, der kommt wieder. Ich denke, oben wird ein Kill sein jetzt. So! Adapte davon! So! Die Frage ist jetzt, ist das hier geboardet oder nicht? Das wäre die Frage. Dann schwebe ich jetzt nämlich langsam Richtung Bot Lane. Wieder. Ah! Schön! Sie ist wieder da! Schön! Ah! Nein! So, da komme ich wieder. Guten Abend! Gibts hier etwas Neues? Oh mein Gott! Okay, Fizz hat gesagt, er kommt Hab dann aber nicht auf die Minimap geguckt Und anscheinend war er nicht da Ja, ich muss jetzt langsam echt so Tanki-Items waren, sonst bin ich zu squishy Shit, ey Und Jinx ist Level 4 Die braucht auf jeden Fall Hilfe Oh, und jetzt? Ah, ey Ey, echt jetzt? Kein Scheiß, komm, mach den Tod Ja, die 4. Rache ist hoch Also muss ich dann nehmen Ah ja, das ist ein legendärer Skin von Noctur Falls man das nicht gesehen hat Ha, ich pose, ich hab Geld Nein Ich fand den einfach so geil Also der macht Noctur natürlich so badass Und zählt als, dass er ein Reaper ist Bist halt Reaper sein Genau, die von Mass Effect Mass Effect Nicht Mass Effect, sondern Mass Effect Genau So hießen die Jo So Ich muss am besten mehr öfter mal einen zweiten ansetzen Damit ich hier mehr von diesen Stacks bekomme Also ich denke nicht, dass wir verloren haben Ich hab hier meine 5 Kills Ich kann das hier carryen Muss halt nur aufpassen, dass ich mich jetzt nicht zuverschätze Hier mit diesen ganzen anderen Sachen Attack, Kacke, da Was ich mir da geleistet habe So Man sieht Wir heilen uns schon so stark Wir brauchen keinen so So Gut Jinx, 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 Jinx Ähm Lass mal hier dann ein Ward aufstellen Ah, das ist ja Wo bist du dann? Okay So, außer Sicht Oh Nehmen wir mal ein Nehmen wir mal ein Das ist zu viel Wenn ich jetzt nur noch die sehen könnte, ne? Ja gut Normalerweise müssen wir das aber auch sehen Ey, das ist echt zum Kotzen an uns Aber nicht wegen mir Also ich spiele noch einige was Okay, wenn ich das hoffentlich was ich sagen darf Hier, Homeguard Schnell, damit ich mich immer besser regenerieren kann Der Drache ist Der Dragon ist weg Okay Das hast du noch von Oh shit Wieso muss der eigentlich immer sterben? Ich weiß ja nicht wieso Der hätte Ah Das Schöne ist da dieser Effekt Dass die da so unsichtbar wären Ah, ne Niemand in der Nähe So Ist das geworden? Oh Guck mal hier Wer ich hier bin Wieso? Wieso? Oh Deshalb ist er dich gefollowed Naja, egal Oh mein, ich will auch leben Ich will leben Ich bin zu greedy Ich bin zu greedy Jetzt habe ich auch noch den Blue an Renek zu empfehlen Wenn ich auch im Guten kann, dann ich eher weniger damit machen Und Oh Und Und Du 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 Mein Gott, ey. So, mehr Leben. Ist der so gefiedelt, ey. 6 oder was? Nein, der hat doch nur 3. Wieso macht der so viel Schaden, ey? Super, die sind jetzt komplett am pushen, hier. Wir können da nichts machen. Super. Das Einzige, was wir machen können, ist ein bisschen poken. Und? Und? So, ich darf da nicht so defini- Oh, oh, oh Shit Ich kann da nichts machen, ey Ja, was willst du? Komm doch her! Oh, ich hätte einfach schnell mein W-Speak gezündet Aber wie viel brauche ich für Rannungen? So um 1000, oh shit, ey Ich kann aber nichts machen Gut, dass ich den guten alten Herren dann noch erwischt habe So, jetzt haben wir das hier schon mal So, damit haben wir schon unsere Range erweitert So, irgendwie muss man das doch carryen können Also wir können das carryen Wir haben 10 zu 17 Also wenn es stirbt Nein, wir können da nicht engagen So, da ist jetzt auch wieder ein World Okay, super Na Gib mir doch mal hier endlich meine Sache Rando ins Ohm Damit kann ich die Mindestens schon mal ein bisschen slowen So Hallo Ja, okay Okay, ich hab's verstanden Ja Ja, haut ab Ich hab's verstanden Wieso, ich hab dem W-Speak auch geklickt Weshalb hat er den nicht abgewehrt? Verdammten Mist da, ey Was ist als nächstes, was ich baue? Eang auch nochmals Ah, definitiv Gloss-Armor Das brauchen wir Hm Ich denke, der Blue ist gone Also er ist weg Ja Böpfe sind auch weg Jo Ne, ist auch weg Ja, ich kann da nicht Ich bin hier oben Ach ja Wie schön das da ist Jo Hau mich doch nicht, ey Willst du mich auch? Hau 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 Ich geh's hier Ja Toll Und jetzt Hau 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 Damit haben die jetzt alles gedroppt? Oder was? Ja Oh, bitte, bitte, bitte Lass das schnell aufladen Lass mich schnell aufladen Hau 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 Damit ist nur einer gestorben, genau. Wenn wir Glück haben. So, plopp. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wir leben. So, der steht noch da gut. Was ist das? Was? Oh shit Oh shit Fine I'm gonna get as close as he can Look at his face It's close This way Get out of here I can't wait I can't make it Get out of here Go ahead Let's go ahead Get out of here I want to go ahead I can't stand I could have I can't stand I can't save Let's go ahead I can't do Oh you f**k Okay, das beste Beispiel Greediness ist schlecht. Das sieht man hier. Ah, einfach Surrender. Das macht keinen Sinn. Kann er nicht gewinnen. Okay. Wieso soll man den Tank chasen? Chase soll nicht den Tank! Hallo? Wird euch in die Falle locken. Das ist eine Trap! So, geht doch! Sogar Fizz hat den Kill bekommen. So, geht doch. Ey, sind wir mal ein bisschen ausgeliehen. So, mal gucken ob mein Blue überhaupt noch da ist. Also müsste er jetzt eigentlich gespawnt sein. Versuchen wir mal da was zu holen. Und um natürlich schön was zu haben. Nicht, dass hier, keine Ahnung, S oder so was mir den schon wieder geklaut hat. Oh ja, weg ist er. Hopp, 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 hopp. So, ich muss einmal zurück. Was kann ich kaufen? Kann ich bis an hier? So, wusch! Und ab geht's. Neun Kills aus SA10. Und ich hab neun. Hm. Immerhin da sind wir so einigermaßen gleich. I plissed for the moment. Was? Hopp. Nevermind. Ein Wot hier rein. Ein Wot hier rein. Hopp. Hopp, hier, schützen, schützen. Okay. Weg hier! Shit. Ich dachte, das rette mich noch ein bisschen. Was macht er denn da, ey? Socket auf Solari hätte ich zünden können, aber das dachte ich nicht, irgendwo nicht. Wer sagt? Was? Echt jetzt? Ihr seid doch verrückt. Und keinen Tod. Und Fizz. Weg. Oh! Super! Double Kill! Immerhin Six ist gestorben. Obwohl sie tot waren, sie Six auch gekillt. Oh, wie gut ist das denn? Oh! Double Kill! Immerhin Six ist gestorben. Obwohl sie tot waren, sie Six auch gekillt. Oh, wie gut ist das denn? Oh! Oh! Ja! Wie soll ich das machen? Ich glaube, der ist auch wieder weg. Aber das ist alles okay, so einigermaßen. Pfff. Super! So. So. Ja, super. Jetzt müssen wir Deffen, die haben den Baron gemacht. Gewinnen können wir das schwer. Aber wenn sie sich auf mich fokussieren und ich weiter so Tanki baue, könnte man das noch was draus machen. So. Ich brauche mehr Leben. Sunfire Cape, ja. Das ist auch super. Ja. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ah! Oh, nichts! Ah! So. Jetzt schnell wieder aufladen hier. Äh. Komm schon. Fünf Sekunden außerhalb des Kampfes muss ich doch nur sagen. Oh! Hallo? Wann ist denn mein Homeguard? Wollte schon sagen, ey. Normalerweise solltest du mich voll einen Homeguard und nicht so einen Mister abziehen. Oh! Ey. Das wird was. Das wird was. Das wird was. Also wenn wir gewinnen wollen, dann wird das hier echt eng. Jo. Ja. Mach dir das mal. So. Gut. Das wird bisschen eng. So. 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 Nimm das, du verdammter Penner. Fünf. 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 Ah. Das war was, ey. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier überlebe. Ah. Ich habe ihn berührt. Ja. was geht's. Ha. Ha. Ja. Ich hab ihn berührt. Ja. H Gas. Was geht's, ha? Ha. Ja, ja, ja. Ja. HA, was geht's, ha? Ja. Ja, ja, ja. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich kann nicht, ich kann nicht. Wird, da zählt nicht? Oh, oh, muss aufpassen, muss aufpassen, muss aufpassen, muss aufpassen, 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 okay. Darum. Was, ist die AP? Och, AP, Lulu, super. Gut. Äh, das hier, das hier, das hier, genau, das brauch ich. Auch noch. Okay, Renekton ist weg, heißt, die haben keinen Tank. Äh, so. So, okay. Mal schnell machen hier, zack, 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 zack. Das Gute ist, ich hab halt ein bisschen Tanky gebaut, damit kann ich halt was aushalten. So. So, jetzt hier schnell, nochmal mehr Gold holen. So, schnell zurück. So, den hier weggegrault. Kann ich mir davon schon was holen? Äh, das Problem ist, wer hat am meisten Kills? Six und S. Aber das ist so beides so ein mixting. Ich glaub, ich, äh, hol mir einfach mehr Leben. Was hab ich denn da noch? Warmox, genau. Warmox ist eigentlich immer ein Resource, mann Prozent auf die Hälfte, ja, genau. Das ist eigentlich immer was ganz Gutes, der Warmox. Dazu bräuchte ich dann eigentlich nur so ein, äh, Atmos Impaler. Das wär natürlich gut. Oh, hier unten. Oh, hier unten. Oh, hier unten. Oh, hier unten. Ich füge jetzt, äh? Hier! Huh? Hallo? Äh Wuhu Okay, mehr konnte ich nicht machen. Mehr konnte ich da echt nicht machen. Ich habe nur versucht, Lulu so weit wie möglich irgendwo aufzuhalten. Ich konnte da nichts mehr machen, aber naja. Man kann nichts dagegen ändern. Ist halt so. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Okay. Ist zwar los, aber naja. Immerhin habt ihr Nocturne-Gameplay. So schlecht war es jetzt eigentlich nicht. Ich habe mich gefreut. Es gab gute Seiten, schlechte Seiten. Ich denke, wenn Jinx ganze Zeit da gewesen wäre, dann hätten wir auch sogar vielleicht noch gewonnen. Naja, egal. Das Kommentar war, glaube ich, ein bisschen leiser und scheiße, aber egal. Mein Gott, kann man nichts machen. Aber besser als nichts, ne? Dann sage ich Dankeschön und bis demnächst. Ciao.